Musik Zur Vorbereitung auf die vollkommene Hingabe an Jesus durch Maria betrachten wir heute den 28. Tag. Beginnen wir unsere Vorbereitung im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten die Litanei vom Heiligen Geist. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Gott, Vater vom Himmel. Gott, Sohn, Erlöser der Welt. Gott, Heiliger Geist. Heiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott. Erbarme dich unser. O Geist der Wahrheit. Erbarme dich unser. O Geist der Weisheit. Erbarme dich unser. O Geist des Verstandes. Erbarme dich unser. O Geist des Rates. Erbarme dich unser. O Geist der Stärke. Erbarme dich unser. O Geist der Wissenschaft. Erbarme dich unser. O Geist der Frömmigkeit. O Geist der Furcht des Herrn, O Geist des Glaubens, O Geist der Hoffnung, O Geist der Liebe, O Geist der Freude, O Geist des Friedens, O Geist der Geduld, O Geist der Milde, O Geist der Güte, O Geist der Langmut, O Geist der Sanftmut, O Geist der Treue, O Geist der Mäßigkeit, O Geist der Enthaltsamkeit, O Geist der Keuschheit, O Geist der Bescheidenheit, O Geist der Demut, O Geist der Klugheit, O Geist des Lebens, O Geist des Heiles, O Geist aller Tugenden, O Geist der vielfältigen Gnaden, O Geist der Kindschaft Gottes, Erbarme Dich Unser, Du Erneuerer der Seelen, Erbarme Dich Unser, Du Heiligmacher und Regierer der katholischen Kirche, Erbarme Dich Unser, Du Erforscher der Herzen und Nieren, Erbarme Dich Unser, Du Ausspender der himmlischen Gaben, Erbarme Dich Unser, Du Ergründer der Gedanken und Herzen, Erbarme Dich Unser, Du Sicherer Schutz in allen Trübsalen, Erbarme Dich Unser, Du Süßigkeit aller in Deinem Dienste Anfangenden, Erbarme Dich Unser, Du Stärke der in Dir Zunehmenden, Erbarme Dich Unser, Du Krone der Vollendeten, Erbarme Dich Unser, Du Jubel der Engel, Erbarme Dich Unser, Du Erleuchter der Patriarchen, Erbarme Dich Unser, Du Einsprecher der Propheten, Erbarme Dich Unser, Du Weisheit der Apostel, Erbarme Dich Unser, Du Sieg der Märtyrer, Erbarme Dich Unser, Du Wissenschaft der Bekenner, Erbarme Dich Unser, Du Reinigkeit der Jungfrauen, Erbarme Dich Unser, Du Salbung der Heiligen, Erbarme Dich Unser, Sei uns gnädig, Verschone uns, O Heiliger Geist, Sei uns gnädig, Erhöre uns, O Heiliger Geist, Von allem Übel, Erlöse uns, O Heiliger Geist, Von aller Sünde, Erlöse uns, O Heiliger Geist, Von allen Versuchungen und Nachstellungen des Teufels, Erlöse uns, O Heiliger Geist, Von aller Unreinigkeit des Leibes und der Seele, Erlöse uns, O Heiliger Geist, Vom jähren und unversehenen Tode, Erlöse uns, O Heiliger Geist, Vom ewigen Tode, Erlöse uns, O Heiliger Geist, Durch Deine wesensgleiche Macht mit dem Vater und dem Sohne, Erlöse uns, O Heiliger Geist, Durch Deine unerforschliche Weisheit, Erlöse uns, O Heiliger Geist, Durch Deine unerschöpfliche Güte, Erlöse uns, O Heiliger Geist, Durch Deine Herabkunft in die Seelen Deiner Gläubigen, Erlöse uns, O Heiliger Geist, Wir armen Sünder, Wir bitten Dich, erhöre uns, Dass Du uns verschonest, Wir bitten Dich, erhöre uns, Dass Du uns mit Deiner heiligen und wirksamen Gnade in allem zuvorkommen, begleiten und nie von uns weichen wollest, Wir bitten Dich, erhöre uns, Dass Du uns die Erkenntnis unserer Selbst, wahre Demut und die Verzeihung unserer Sünden erteilen wollest, Wir bitten Dich, erhöre uns, Dass Du uns die Gabe der wahren Gottseligkeit, Andacht und des Gebetes schenken wollest, Wir bitten Dich, erhöre uns, Dass Du uns eine möglichst vollkommene Erkenntnis Deiner Braut, der allerseligsten Jungfrau Maria und ihre heilige Liebe verleihen wollest, Wir bitten Dich, erhöre uns, Dass Du uns die alles übertreffende Erkenntnis Jesu Christi und seine unschätzbare Liebe schenken wollest, Wir bitten Dich, erhöre uns, Dass Du einen reinen Geist und ein neues Herz in uns erschaffen wollest, Wir bitten Dich, erhöre uns, Dass Du uns in der Liebe und Gnade erhalten und bestätigen wollest, Wir bitten Dich, erhöre uns, Dass Du uns in die Zahl Deiner Auserwählten aufnehmen wollest, Wir bitten Dich, erhöre uns, Dass Du uns erhören wollest, Wir bitten Dich, erhöre uns, O Du Lamm Gottes, welches Du hinweg nimmst, die Sünden der Welt, Gib uns den Heiligen Geist, O Du Lamm Gottes, welches Du hinweg nimmst, die Sünden der Welt, Sende uns den Heiligen Geist, O Du Lamm Gottes, welches Du hinweg nimmst, die Sünden der Welt, Gieß aus über uns den Heiligen Geist. Christus, höre uns. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Sende aus deinen Geist, und sie werden neu geschaffen werden. Und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. O Gott, der du die Herzen der Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt hast, gib, dass wir in demselben Geiste das, was Recht ist, verstehen und seines Trostes uns alle Zeit erfreuen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Abwe, Stern der Meere, Gottesmutter, Heere, Allzeit Jungfrau Süße, Tür zum Paradiese, Aus des Engels Munde ward die frohe Kunde, Uns den Frieden spende, Evers Namen wende. Löse, löst das Band der Sünden, Bringe Licht dem Blinden, Unsern Übeln wehre, Jeglich gut beschere, Dich als Mutter zeige Und erhörend neige, Dir sich der auf Erden Kam, dein Sohn zu werden. Jungfrau, allzeit reine, Sanft und mild wie keine, Schuldlos lass auf Erden, Sanft und keusch uns werden. Woll ein reines Leben, Sich ein Pfad uns geben, Das in Himmels Höhen Froh wie Jesus sehen. Lob sei Gott dem Vater, Preis dem höchsten Sohne und dem Heiligen Geiste, Jedem gleiche Ehre. Amen. Litanei vom heiligsten Herzen Jesu Herr, erbarme Dich Unser Herr, erbarme Dich Unser Christus, erbarme Dich Unser Christus, erbarme Dich Unser Herr, erbarme Dich Unser Herr, erbarme Dich Unser Christus, höre uns Christus, erhöre uns Gott Vater vom Himmel Erbarme Dich Unser Gott, Heiliger Geist, heiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott. Herz Jesu, des Sohnes des ewigen Vaters, Herz Jesu, im Schoße der jungfräulichen Mutter vom Heiligen Geiste gebildet. Herz Jesu, mit dem ewigen Worte wesentlich vereinigt, Herz Jesu, von unendlicher Majestät, Herz Jesu, heiliger Tempel Gottes, Herz Jesu, Wohnung des Allerhöchsten, Herz Jesu, Haus Gottes und Pforte des Himmels. Herz Jesu, brennender Feuerofen der Liebe, Herz Jesu, Gefäß der Gerechtigkeit und Liebe, Herz Jesu, von Güte und Liebe voll. Herz Jesu, abgrund aller Tugenden, Herz Jesu, höchstwürdig jeglichen Lobes, Herz Jesu, König und Mittelpunkt aller Herzen, Herz Jesu, in dem alle Schätze der Weisheit und Wissenschaft sind. Herz Jesu, in welchem die ganze Fülle der Gottheit wohnt, Herz Jesu, an welchem der Vater sein innigstes Wohlgefallen hat, Herz Jesu, aus dessen Fülle wir alle empfangen haben. Herz Jesu, Sehnsucht der ewigen Hügel, Herz Jesu, geduldig und von großer Erbarmung, Herz Jesu, reich für alle, die dich anrufen. Herz Jesu, Quelle des Lebens und der Heiligkeit, Herz Jesu, Sühnopfer für unsere Sünden, Herz Jesu, mit Schmach gesättigt, Herz Jesu, wegen unserer Missetaten zerschlagen, Herz Jesu, bis zum Tode gehorsam geworden, Herz Jesu, mit der Lanze durchbohrt, Herz Jesu, Quelle vollkommenen Trostes, Erbarme dich unser, Herz Jesu, unser Leben und unsere Auferstehung, Herz Jesu, unser Friede und unsere Versöhnung, Herz Jesu, Schlachtopfer für die Sünder, Erbarme dich unser, Herz Jesu, Rettung derjenigen, die auf dich hoffen, Herz Jesu, Hoffnung derjenigen, die in dir sterben, Erbarme dich unser, Herz Jesu, Wonne aller Heiligen, Erbarme dich unser, O du Lamm Gottes, dass du hinweg nimmst die Sünden der Welt, Erbarme dich unser, O Herr, Jesus, sanft und demütig von Herzen, Bilde unser Herz gleich deinem Herzen. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, schaue hin auf das Herz deines vielgeliebten Sohnes und auf die Lobpreisungen und Genugtuungen, welche es dir im Namen der Sünder darbringt und durch dieselben versöhnt. Gewehre allen Verzeihung, welche deine Barmherzigkeit anrufen, im Namen eben dieses deines Sohnes, Jesus Christus, der mit dir lebt und regiert, in Einigkeit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gebet zu Jesus Ja, Maria ist mir, bei dir und überall notwendig, um dich in deinem Gerechtigkeit, Ja, Maria muss mir helfen, um die ewigen Strafen deiner Gerechtigkeit aufzuhalten, die ich verdiene. Ohne sie dürfte ich nicht mit dir reden, dich um etwas bitten oder überhaupt mich dir nahen. Ohne ihre Hilfe wäre es mir unmöglich, mich selbst und die Seelen anderer zu retten. Mit einem Wort Maria ist mir, Maria ist mir notwendig, um immer deinen heiligen Willen zu erfüllen und in allem deine größere Ehre zu fördern. Ach, wie betrübt es mich, dass ich nicht in der ganzen Welt verkünden kann, welche Barmherzigkeit du mir erzeigt hast und wie ich ohne deine Mutter schon längst verdammt wäre. Oh, könnte ich dir doch wütigen Dank abstatten für eine so große Wohltat. Maria gehört mir, welch ein Schatz, welcher Trost und nach all dem sollte ich nicht ganz ihr gehören. Oh, welche Undankbarkeit, mein göttlicher Erlöser, schicke mir lieber den Tod, als dass du zulässt, dass dieses Unglück mich treffe. Denn ich will lieber sterben als leben, ohne ganz Maria zu gehören. Tausend und tausendmal habe ich mit dem heiligen Johannes am Fuße des Kreuzers deine teuerste Mutter zu mir genommen und habe mich ihr ebenso oft geschenkt. Sollte ich damit aber deinen Wünschen noch nicht genügend entsprochen haben, mein lieber Jesus, so will ich es jetzt wiederholen, wie du willst, dass ich es tun soll. Und wenn du in meiner Seele oder in meinem Leibe etwas siehst, was nicht dieser erhabenen Herrin angehört, so bitte ich dich, es mir zu entreißen und es weit von mir fortzuwerfen, da es deiner nicht würdig ist, wenn es Maria nicht gehört. O heiliger Geist, verleihe mir alle diese Gnaden, pflanze, begieße und pflege in meiner Seele die liebenswürdige Maria, welche der Baum des wahren Lebens ist, damit er wachse, blühe und die Frucht des Lebens in Fülle bringe. O heiliger Geist, gib mir eine große Andacht und eine große Zuneigung zu Maria, deiner Herren Braut, ein großes Vertrauen auf ihren mütterlichen Schutz und lass mich bei ihrer Barmherzigkeit ständig eine Zuflucht finden, damit ich mit deiner Hilfe in ihr Jesus Christus ähnlich werde und bis zur Fülle seines vollendeten Alters gelange. Amen. Die Liebe Christi in der Erlösung Christus ist gekommen, um sein Leben als Lösepreis für uns hinzugeben. Durch seinen blutigen Tod am Kreuz hat er uns aus der Knechtschaft Satans entrissen und uns den Zugang zum Himmel wieder geöffnet. Der heilige Kreuzweg Eine mit den zahlreichsten Ablässen bereicherte Andachtsübung ist der heilige Kreuzweg. Wer ihn andächtig bietet, erlangt Gnaden der Erleuchtung und Bekehrung für die Sünder, Gnaden der Erleichterung und Erlösung für die armen Seelen im Fegefeuer. Bereitet Freude den Engeln und Heiligen, besonders aber Jesus Christus und seiner göttlichen Mutter, welche nach der Himmelfahrt ihres Sohnes häufig jene Stationen besuchte, wo Christus sein Blut vergossen, eine Übung, welche die ersten Christen mit besonderer Vorliebe nachzuahmen pflegten. Betet also den Kreuzweg im Geiste Marie und mit den Gefühlen ihres Herzens. Auf lange Gebete kommt es beim Kreuzweg nicht an. Es reicht hin, wenn du bei jeder Station im Geiste sagen würdest, O liebenswürdiger Jesus, ich opfere dir auf die Akte der Anbietung, des Lobes, der Bitten und des Dankes, welche deine Mutter bei dieser Station an dich richtete. Mache stets die Meinung, die mit jeder Station verbundenen Ablässe, vollkommene und unvollkommene zu gewinnen. Vorbereitungsgebet O himmlische Mutter, in Vereinigung mit dir will ich diesen schmerzlichen Kreuzweg wandeln, den du so oft gegangen bist. Wie viele Tränen vergossest du damals beim Andenken an die Schmerzen Jesu? Von welcher Liebe warst du durchdrungen für Gott und deine Kinder? O Mutter, ich schenke dir mein Herz, damit es von ähnlicher Liebe entflammt werde. Gestatte nicht, dass ich beim Anblick solcher Leiden und Beschimpfungen kalt bleibe. Durchdringe mein Herz mit deiner Liebe, damit ich die Schmerzen Jesu bemitleide, meine Untreue beweine und in meinen Liebeswerken edelmütiger werde. Ich bitte dich, O himmlische Mutter, die Ablässe, welche ich gewinnen werde, den Seelen im Fegefeuer zuzuwenden, besonders jenen, welche am verlassesten sind. Erste Station Jesus wird zum Tode verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Betrachte die Seelenangst Marie beim Anblick dieses herzzerreißenden Schauspiels im Gerichtshause, beim Anhören des schrecklichen Geschreis und der Todesforderung gegen ihren göttlichen Sohn. Jesus allein begriff ihre Gefühle. O Maria, ich vereinige mich mit den Gefühlen deines zerrissenen Herzens. Mit Jesus littest auch du für meine Sünden. Und weil meine Eigenliebe, mein Leichtsinn und meine Sinnlichkeit Jesus und dir so viele Demütigungen und Schmerzen verursacht haben, so verurteile ich rücksichtslos alle meine Leidenschaften, besonders meinen Hauptfehler, damit ich einst vom obersten Richter nicht verurteilt werde. Heilige Mutter, drück die Wunden, die dein Sohn für mich empfunden, tief in meine Seele ein. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Zweite Station Jesus nimmt das schwere Kreuz auf sich. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus sagte einst, ich muss mich mit einer Bluttaufe taufen lassen. Und wie sehne ich mich danach, dass es geschehe. Mit solcher Liebe zu dir, O Christ, umfasst Jesus das Kreuz. Das Herz Marie ist ein treues Abbild des Herzens Jesu. Deswegen folgt die Mutter ihrem Sohn in der Glut ihrer Sehnsucht und willigt in sein Opfer ein. O Jesus und Maria Wie soll ich euch danken für das Übermaß eurer Liebe? Ihr habt es mir ja gesagt. Ich soll, um euch zu gefallen, mich selbst verleugnen und das Kreuz tragen alle Tage meines Lebens. O meine Mutter, ich weihe mich dir ganz und will mit dir stets Jesus auf dem Kreuzweg folgen. Erflehe und gib mir die Gnade der Selbstverleugnung und der geduldigen Ertragung des Kreuzes. Heilige Mutter, drück die Wunden, die dein Sohn für mich empfunden, tief in meine Seele ein. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Dritte Station Jesus fällt das erste Mal unter dem Kreuze. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Wie schwer ist die Last des Kreuzes für den süßen Erlöser. Schon vorher erschöpft durch so viele Leiden, fällt er unter den wiederholten Schlägen seiner Henker mit dem Angesichte zu Erde und die Spitzen der Dornenkrone dringen tiefer in sein Haupt ein. Warum dieser erste Fall, der auch das Herz Maria zerrissen hat? Es geschah, um deinen Stolz, die Quelle so vieler Sünden zu sühnen, die dich zum Sklaven Satans gemacht haben. Auch sühnt Jesus für die erste schwere Sünde, den Verlust der Tauf Unschuld. O Maria, durch alle deine Leiden erlange mir die Heilung meines Stolzes, welcher sich auch in die besten Handlungen einschleicht und deinem Sohne so sehr missfällt. O Mutter, stelle in meiner Seele der Unschuld Schönheit wieder her. Und du, O Jesus, gib deiner Mutter Kinder, Sklaven der Liebe, deren Zahl die Sterne des Himmels übertreffen und deren Unschuld jener der Engel gleichkommt. Heilige Mutter, drück die Wunden, die dein Sohn für mich empfunden, tief in meine Seele ein. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Vierte Station Jesus begegnet seiner betrübten Mutter. Wir sagen, Herr Jesus Christus und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Wer wird uns die Gefühle des Sohnes und der Mutter bei dieser schmerzlichen Begegnung schildern? Welchen Eindruck machte der Blick Jesu auf dieses liebende Herz Maria? O bewundere und preise die unermessliche Liebe dieser beiden Herzen, welche nicht müde wurden, für deine Rettung zu leiden. Und wie lau und kalt bleibt noch dein Herz bei diesem Anblick. O himmlische Mutter, warum besitze ich nicht die Herzen der Heiligen, um dich für so viele Seelenleiden zu trösten? Als Ersatz für meine Kälte opfere ich dir das zärtliche Mitleid auf, welches Jesus bei dieser schmerzensreichen Begegnung mit dir getragen. Begegne mit deinem barmherzigen Blick auch den verlassenen Seelen im Fegefeuer und einst meiner eigenen Seele, wenn sie aus der Welt scheidet, komme ihr dann entgegen, um sie Jesus vorzustellen. Heilige Mutter, drück die Wunden, die dein Sohn für mich empfunden, tief in meine Seele ein. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Fünfte Station Simon von Sirene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus hat die Last deiner Sünden auf sich genommen und alle deine Schulden bezahlt. Aber er will, dass auch du zu dieser Erlösung beiträgst und an seinen Schmerzen teilnimmst. In der Person des Simon von Sirene lädt er auch dich ein, mit ihm die Last zu teilen. Überall umgeben uns Leiden und Prüfungen auf dieser Welt, welche Dornen und Disteln trägt. Aber die Güte Jesu hat dir seine Mutter als Stütze und Trost gegeben. In der Tat die besten Kreuzträger sind die Diener und Kinder Marie. O himmlische Trösterin der Diener Gottes, hilf mir, das Kreuz tragen und stütze mich in meinen Prüfungen und Beschwerden. Hilf auch allen jenen, denen die Last der Seelsorge anvertraut ist, dem Priesten, den Obrigkeiten, den Erziehen der Jugend, erflehe ihnen reichlich den Geist des Eifers, der Hingabe und der Geduld. Heilige Mutter, drück die Wunden, die dein Sohn für mich empfunden, tief in meine Seele ein. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Sechste Station Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ohne Menschenfurcht naht sich eine fromme Frau, um Jesus das Antlitz abzutrocknen. Die Liebe zu Jesus drängt sie. Er aber wartet nicht die Ewigkeit ab, um sie zu belohnen. Mitten in seinen Schmerzen beschenkt er die Heldin der Liebe mit seinem eigenen Bilde. Welcher Trost für Maria, die Liebeshandlung dieser Frau zu sehen. Du kannst ihr dieselbe Freude bereiten, wenn du die Reinheit deiner Seele bewahrst, in der Jesus durch die Gnade wohnt. Oder wenn du beim Unglücke ihres Verlustes die Seele sofort im heiligen Sakramente der Buße reinigst. Ach, welchen Schmerz bereitet Maria eine mit der Sünde befleckte Seele. O himmlische Mutter und Königin meines Herzens, möge deine mitleidige Hand meine Seele von ihrem Makeln reinigen und stets rein bewahren, damit das Reich deiner Sohnes in mir befestigt werde. Bewahre in den Seelen der Kinder die Unschuld und erlange uns allen eine vollkommene Reinheit des Herzens, des Leibes und des Geistes, damit wir in Ewigkeit das Angesicht Gottes im Himmel anschauen mögen. Heilige Mutter, drück die Wunden, die dein Sohn für mich empfunden, tief in meine Seele ein. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser Siebte Station Jesus fällt das zweite Mal unter dem Kreuze. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Wie viel schmerzlicher als der erste ist dieser zweite Fall Jesu. Der Anblick der Sünden in meiner Jugend lässt ihn von Neuem fallen. Maria versteht und fühlt das Gewicht dieser Plagen, welche das Herz ihres Sohnes zerreißen. Sollte bei diesen traurigen Erinnerungen mein Herz nicht ganz zerknirscht werden? Bei diesem zweiten Fall sühnt Jesus ganz besonders die Anhänglichkeit an die verführerischen Reize der Welt und an uns selbst, die Ursache so vieler Sünden und des Untergangs so vieler Seelen. O Maria, ich bitte dich durch die Tränen und Schmerzen Jesu, heile mich von der ungeordneten Anhänglichkeit an die Geschöpfe und mache mich jetzt schon los von allem, was mir der Tod einst rauben kann. Weise und getreue Jungfrau, lehre mich, die Grundsätze der Welt zu verachten und mich mit deinem heiligen und unbefleckten Herzen immer mehr zu vereinigen. Heilige Mutter, drück die Wunden, die dein Sohn für mich empfunden, tief in meine Seele ein. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Achte Station Jesus tröstet die weinenden Frauen von Jerusalem. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. O, dass wir doch die Liebe des heiligsten Herzens Jesu und sein Mitleid mit uns besser erkennten. Siehe, in den größten Leiden vergisst er jene Frauen nicht, die ihn begleiten und tröstet sie. Jesus ist der Tröster in aller Bedrängnis. O, komme zu seinem heiligsten Herzen und suche in Begleitung mit Maria dort Erleichterung. Bedenke seine Worte, weinet über euch und lerne daraus, dass die Sünden der wahre Gegenstand deiner Tränen sein sollen. O Maria, die du mir von Jesus gegeben wurdest, um in allem mein Ersatz bei Jesus zu sein. Lass auf meine Seele eine deiner Tränen fallen und erweiche ihre Härte. Drücke in sie ein, die Wunden Jesu und das Verlangen nach einer wahren Reue. O, wende ab die Strafgerichte, die wir durch die Sünden verdient haben. Wende sie ab von der Kirche, den Staaten und den lauen Seelen. Heilige Mutter, drück die Wunden, die dein Sohn für mich empfunden, tief in meine Seele ein. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Neunte Station Jesus fällt das dritte Mal unter dem Kreuze. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus fällt dreimal auf dem Wege zum Kalvarienberg. Wir drei Tode zum Leben erweckt hat. Ein Kind, einen Jüngling, einen Mann. Bei diesem letzten Falle will er die Sünden sühnen, die im reiferen Alter begangen werden. In welche Schmerzen ist er eingetaucht? Wie wüten die Henker, treten das unschuldige Lamm mit Füßen und reißen es wieder auf, damit es zur letzten Station komme? O himmlische Mutter, wie wurde dein Herz zerrissen beim Anblick dieses letzten Falles? Als dein Sohn den Lazarus vom Tode erweckte, bebte und weinte er im Hinblick auf die Gewohnheitssünder, besonders jener, welche den Modergeruch der Unreinigkeit verbreiten. O Mutter Zuflucht der Sünder, erfleh allen, welche im Grabe der Sünde ruhen und über welche dein Sohn so bitter weinte, die Gnade einer aufrichtigen Bekehrung vor ihrem Tode. Heilige Mutter drück die Wunden, die dein Sohn für mich empfunden, tief in meine Seele ein. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Zehnte Station Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Wie vielen hat der böse Feind das Kleid der Unschuld geraubt und Jesus will es ihnen um jeden Preis wieder verschaffen. Aber wie muss er dafür leiden? Man reißt ihm gewaltsam seine blutgedrängten an den Körper angeklebten Kleider ab. Die Wunden öffnen sich aufs Neue. Stücke Fleisch werden abgerissen und bleiben an seinen Kleidern hängen. Was ist die Ursache dieses Schmerzes Jesu, welchen das unbefleckte Herz Marie so bitter mitempfindet? Ach, es sind die Verschwendung, die Eitelkeit und Unanständigkeit in der Kleidung, welche diesen Schmerz verursachen. O Mutter, verzeih uns die Trauer, welche unsere Eitelkeit dir verursacht hat. Erhalte uns in der Bescheidenheit und Einfachheit. Durch deine Tränen und die Wunden Jesu bekleide uns mit dem Gewande deiner Tugenden, mit dem hochzeitlichen Kleide, damit wir mit Sicherheit vor dem Richterstuhle deiner Sohnes erscheinen können. Heilige Mutter, drück die Wunden, die dein Sohn für mich empfunden, tief in meine Seele ein. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen Amen. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Elfte Station Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Welch zerreißender Schmerz für das Herz Maria wegen dieser wiederholten Schläge, welche Hände und Füße Jesu ans Kreuz nagelten. Alle Wunden des heiligen Leibes Jesu drücken sich tief ihrer Seele ein. Er Schmerz ist unaussprechlich groß. Sie wäre gestorben, wenn Gott sie nicht noch für andere Leiden am Leben erhalten hätte. Erneuere bei dieser Station dein Taufgelübde, mit welchem du dich mit Leib und Seele Jesus hingegeben hast. O mein Jesus, ich erneuere in diesem Augenblick mein Taufversprechen und meine volle Weihe an deine heilige Mutter. Durch die Nägel, welche dich ans Kreuz hefteten, hefte auch mich unzertrennlich an dich durch diese schöne vollkommene Andacht. Durchdringe damit alle meine Gedanken, Worte und Werke. Am Kreuze willst du ja alles an dich ziehen. Ziehe auch mich und alle Seelen an dich durch die innigste Verbindung mit deiner heiligster Mutter. Durch Maria möge Christus in uns leben und herrschen. Heilige Mutter drück die Wunden die dein Sohn für mich empfunden tief in meine Seele ein. Vater unser im Himmel geheiligt werde dein Name dein Reich komme dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen Amen. Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus. Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus erbarme dich unser. Zwölfte Station Jesus stirbt am Kreuze Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst Um uns dem Gekreuzigten würdig zu nahen müssen wir uns mit Maria vereinigen Oh betrachten wir die Königin der Märtyrer in ihren Schmerzen unter dem Kreuze Sie ruft uns zu Seht ob ein Schmerz gleich sei meinem Schmerze O könnten wir doch dementsprechend Mitleid mit ihr haben Als Ersatz opfern wir ihr das Mitleid Jesu auf das er am Kreuze mit seiner Mutter hatte O Jesus vom Kreuze herab sprich für mich jenes schöpferische Wort Weib siehe da deinen Sohn Sohn siehe da deine Mutter O Maria ich verdiene nicht dein Kind zu heißen aber Jesus hat es so gewollt zeige also dass du meine Mutter bist ich übergebe mich wie der heilige Johannes ganz deinen Händen verfüge über mich und alles was ich habe nach deinem und deines Sohnes wohlgefallen Heilige Mutter drück die Wunden die dein Sohn für mich empfunden tief in meine Seele ein Vater Vater unser im Himmel geheiligt werde dein Name dein Reich komme dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit Amen Gekreuzigter Herr Jesus Christus erbarme dich unser 13. Station Jesus wird vom Kreuze abgenommen und in den Schoß Maria gelegt Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst Wie wird das Herz Maria das im Herzen ihres Sohnes wohnte vom Schwert des Schmerzes durchbohrt als die Lanse das Herz Jesu öffnet Der Leichnam wird in ihre Arme gelegt Welch herzzerreißender Anblick Alle Wunden die sie betrachtet sind ebenso viele Schwerter die ihr Herz durchbohren Bedenke dass Christus mit Wunden wollte bedeckt sein um die Wunden deiner Seele zu heilen Bitte die Schmerzensmutter um eine vollkommene Heilung deiner Seele himmlische Mutter gestatte dass so unwürdig ich auch bin ich mich mit Jesus in deine Arme lege durch die Wunden Jesu heile die Wunden meiner Seele reinige meinen Leib und seine Sinne wasche die Befleckung meines Herzens im Blute deiner Sohnes und verbinde es für immer mit seinem hochheiligsten Herzen Heilige Mutter drück die Wunden die dein Sohn für mich empfunden tief in meine Seele ein Vater unser im Himmel geheiligt werde dein Name dein Reich komme dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit Amen Gekreuzigter Herr Jesus Christus erbarme dich unser 14. Station Jesus wird ins Grab gelegt Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst Das Opfer von Seiten der heiligen Jungfrau muss vollständig sein Der anbetungswürdige Leichnam wird ins Grab gelegt und von ihren Augen getrennt Ihr Herz aber bleibt versenkt in seinen heiligen Wunden Wenn Jesus in der heiligen Kommunion in dein Herz kommt so weilt auch Maria das selbst um ihn anzubeten und ihn zu trösten Bevor du nun das Grab verlässest tröste nochmals deine himmlische Mutter und sprich voll Liebe O göttliche Mutter ich bitte dich grabe in meine Seele die Wunden meines Erlöses ein alle Leiden Jesu haben in deinem Herzen ein Echo gefunden mache dass wir deine Abbilder seien mögen wir nach deinem Beispiel bis zum letzten Tag unseres Lebens der Schmerzen des Kalvarienberges ein Gedenk sein mögen wir überall bei unseren Arbeiten und leiden das Andenken derselben bewahren Heilige Mutter drück die Wunden die dein Sohn für mich empfunden tief in meine Seele ein Vater unser im Himmel geheiligt werde dein Name dein Reich komme dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit Amen Gekreuzigter Herr Jesus Christus erbarme dich unser Schluss Gebet O gütigster Herr Jesus Christus ich sage dir demütigen Dank für die große Barmherzigkeit welche du mir auf diesem Kreuzwege erwiesen hast ich bitte dich du wollest dein kostbares Blut dein bitteres Leiden und Sterben an mir und anderen armen Sündern nicht verloren gehen lassen sondern aus Barmherzigkeit uns alle aufnehmen in die ewige Freude und Seligkeit Amen Heilige Schrift Gott ist die Liebe Gottes Liebe hat sich an uns darin geoffenbart dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat damit wir durch ihn das Leben haben darin zeigt sich die Liebe nicht wir haben Gott geliebt sondern er hat uns geliebt und seinen Sohn als Sühne Opfer für unsere Sünden gesandt 1. Johannes 4 9-10 Er hat uns alle Fehltritte vergeben hat die Schuldschrift die uns mit ihrer Anklage belastete ausgelöscht und vernichtet da er sie ans Kreuz heftete Kolosser 2 14 Nachfolge Christi für das Buch Kapitel 8 Das Opfer Christi am Kreuz und die vollkommene Selbsthingabe 1. Bringe dich in der Heiligen Messe mit Christus dem Vater zum Opfer Stimme des Geliebten Ich habe mich selbst mit ausgebreiteten Armen und entblößtem Leibe am Kreuz für deine Sünden freiwillig Gott dem Vater zum Opfer dargebracht Mir blieb nichts das nicht restlos in das Opfer der göttlichen Versöhnung eingegangen wäre So musst auch du dich selbst aus freien Stücken mir täglich in der Messe als ein reines und heiliges Opfer darbringen so innig als du es vermagst und mit allen deinen Kräften und Neigungen Was verlange ich mehr von dir als dass du dich bemühst aus Liebe zu mir restlos auf dich zu verzichten Was immer du mir außer dir gibst bedeutet mir nichts denn ich suche nicht deine Gabe sondern dich Wie es dir nicht genügen würde wenn du alles hättest mich aber nicht so kann auch mir nicht gefallen was immer du mir gibst wenn du dich selbst mir vorenthältst zweitens nimm nichts von deinem Opfer aus entsage allem opfere dich mir und gib dich ganz an Gott hin so wird dein Opfer wohlgefällig sein siehe ich habe mich ganz für dich dem Vater geopfert habe auch meinen Leib und mein Blut ganz zur Speise gegeben ich wollte ganz dein sein und du solltest in mir bleiben wenn du aber auf dir selbst bestehst und dich nicht freiwillig meinem Willen aufopferst so ist dein Opfer nicht ausreichend und die Einigung zwischen uns wird unvollständig sein allen deinen Werken gehe die freiwillige Hingabe deiner selbst in die Hände Gottes voraus wenn du zu Gnade und Freiheit gelangen willst eben deshalb finden sich so wenige erleuchtete und innerlich freie Menschen sie können sich selbst nicht gänzlich verleugnen fest steht mein Wort wer nicht allem entsagt kann mein Jünger nicht sein Willst du also zu meinen Jüngern zählen so opfere mir dich selbst samt allen deinen Neigungen und die Frucht dieser Erlösung zu empfangen verdienen Amen Wir schließen nun die Vorbereitung im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen Amen Et verbum caro faktum est et verbum caro faktum est et et verbum caro faktum est et habit habit in nobis et verbum caro faktum est et verbum caro faktum est et verbum caro faktum est et habit David in nobis un mort